Unter einem Himmel So lautete das Motto des ökumenischen Gemeindefestes der drei Kirchengemeinden in Schermbeck. Am Sonntag wurde ein gemeinsames Fest gefeiert, das Katholiken und Evangelien verbinden sollte. Keine ganz neue Idee, doch das letzte Fest dieser Art liegt bereits viele Jahre zurück. Wir hatten ein gemeinsames, also das ökumenische Fahrfest hatten wir, ich schätze mal, so ungefähr vor 20 Jahren. Wir haben dann Fahrfeste gefeiert von St. Lodgerus noch und haben dann eine lange Zeit gebraucht, um überhaupt einen Termin gemeinsam zu finden, weil drei Vereine, das sind natürlich alle ihre eigenen Aktivitäten, aber wir haben es geschafft für dieses Jahr und da sind wir sehr froh drüber. Über ein buntes Programm und viele Leckereien durften sich die Besucher am Sonntag freuen. Von klein bis groß war für jeden was dabei. Der Männerkochclub servierte Currywurst nach eigenem Rezept. Der Pfarreirat war damit beschäftigt, Pommes zuzubereiten. Im Pfarrheim gab es eine Cafeteria mit verschiedenen Kuchen und für karibisches Feeling sorgten Cocktails. Was zu gewinnen gab es natürlich auch. Dafür musste geschätzt werden, wie hoch alle Kirchtürme wären, wenn man sie übereinander stapeln würde. Und natürlich gab es auch den ganzen Tag über ein musikalisches Programm. Die Besucher hatten Freude an der Neuauflage des ökonomischen Gemeindefestes. Schönes Wetter, nette Leute, viele Leute. Freuen die Livemusik. Wir haben ja auch ganz, ganz tolle Musik gemacht und wir warten jetzt auf den neuen Dirigenten, weil gleich gibt es ein Rudelsingen, wo wir alle mitsingen können. Darauf warten wir. Was wollen wir mehr? Die Sonne scheint. Der Gottesdienst war schon heute Morgen. Spitzenmäßig schön. Alles super. Alles ganz toll. Ich habe die Cocktailbar und die wird sehr gut angenommen. Wir haben verschiedene Cocktails und wie man sieht, der liebe Gott, der spielt mit. Schönes Wetter, kein Regen. Das wäre ja katastrophal gewesen. Und ich finde, die Menschen sind heute, die Leute sind alle gut drauf. Ein bisschen Karibik-Feeling mit der Cocktailbar. Hier ist alles vertreten. Die Currywurst war lecker, die Pommes sind lecker. Kuchen habe ich noch nicht gegessen. Da kann ich nichts zu sagen. Natürlich durften auch die Kinder nicht zu kurz kommen. Von einer Hüftburg bis zu einem spaßigen Mitmachprogramm wurde einiges geboten. Das Fest hatte sich als Ziel gesetzt, Konfessionen miteinander zu verbinden. Wie es am Sonntag aussah, ist dies bestens gelungen.